Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein Windows 10-Kennwort auf einem Computer oder Laptop wiederherstellen. Der Verlust Ihres Windows 10-Benutzerkontokennworts kann eine sauböse Überraschung sein. In der Tat geht dadurch der Zugriff auf die Daten eines bestimmten Bezesses vollständig verloren. Es ist gut, wenn Sie das Kennwort des Administratorkontos kennen, indem Sie die Kennwörter der Benutzer eines bestimmten Computers verwalten können. Aber manchmal ist es vergessen oder verloren. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten Beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Um das Kennwort für das Administratorkonto wiederherzustellen, müssen Sie die Windows-Wiederherstellungsumgebung aufrufen. Sie können dazu eine Wiederherstellungsdiskette, eine Bootdiskette oder ein USB-Laufwerk verwenden. Ich habe diese Anmeldungsmethoden in vorherigen Videos gezeigt. Klicken Sie in der Wiederherstellungsumgebung auf Problembehandlung, erweiterte Einstellungen, und Eingabeaufforderungen. Zunächst müssen wir den Laufwerkbuchstaben des Systemlaufwerks ermitteln, da dieser hier abweichen kann. Wir geben den Befehl Discard, dann liest Folien ein und sehen, welcher Buchstabe für die Systemfestplatte verraten ist. Danach geben wir Exit ein und wir geben den folgenden Befehl ein. Move C Windows System 32 Utilman.exe C Doppelpunkt Windows System 32 Ultiman 2.exe C Doppelpunkt Windows System 32 Utilman.exe C Doppelpunkt Windows System 32 Utilman.exe C Doppelpunkt Punkt Excel. Drücken Sie Enter und sehen Sie einen Bericht mit dem Titel Kopierte Dateien 1. Schließen Sie die Befehlszeile und starten Sie Windows 10 von der Festplatte. Danach können wir auf dem Sperrbildschirm die Befehlszeile durch klicken auf Eingabe hätten starten. Geben Sie an der Eingabeaufforderung Net Users ein und zeigen Sie eine Liste aller Benutzer an. In meinem Fall ist der Benutzername, für den Sie das Passwort zurücksetzen müssen. Geben Sie als nächstes den Befehl Net Users ein und geben Sie ein neues Passwort ein. Drücken Sie Enter und sehen Sie einen Bericht, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde. Schließen Sie danach die Befehlszeile und melden Sie sich mit einem neuen Kennwort beim Konto an. Führen Sie die Befehlszeile in der Wiederherstellungsumgebung, wie oben beschrieben, aus, um die Systemdateien in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Das reicht, um das Laden der Eingabe-Hilfe-Optionen anstelle der Befehlszeile zurückzusetzen. Überprüfen Sie als nächstes den Systemlaufwerk-Buchstaben erneut mit dem Befehl Dist-Part und List-Volume. Geben Sie Exit ein und geben Sie die folgenden Befehle ein. DEL C WINDOWS SYSTEM32 UTILMAN.EXE Drücken Sie Enter. DEL C WINDOWS SYSTEM32 UTILMAN.EXE DEL C WINDOWS SYSTEM32 UTILMAN.EXE Drücken Sie Enter, schließen Sie die Befehlszeile und laden Sie Windows 10 in normalem Zustand herunter. Zweiter Weg. Wie bei der ersten Methode müssen Sie die Windows 10 Wiederherstellungsumgebung aufrufen und die Eingabeaufforderung ausführen. Geben Sie an der Eingabeaufforderung folgendes ein und drücken Sie Enter. Wählen Sie als nächstes den Abschnitt HK-Lokal-Machine aus, klicken Sie im Tab-Datei auf Struktur herunterladen. Wir gehen zu dieser Computer, Lokal-SC-Laufwerk, Windows-System32-Config. Klicken Sie auf die Datei System und klicken Sie auf Öffnen. Geben Sie einen beliebenden Namen ein, zum Beispiel Test, und klicken Sie auf OK. In diesem Busch suchen wir ein Abschnitt Setup, rechtsklicken auf die Datei CMD-Line und klicken Sie auf Ändern. In der Zeile Wert geben wir cmd.exe ein und drücken OK. Klicken Sie mit der rechten Mauslaste auf die Datei Setup-Type und klicken Sie auf Ändern. In der Zeile Wert geben wir 2 ein und drücken auf OK. Klicken Sie anschließend auf die Struktur Test und auf der Registerkarte-Datei klicken Sie auf Struktur Entladen. Wir bestätigen das Entladen der Struktur, schließen den Registrierungs-Editor und die Befälszeile und klicken auf Weiter. Melden Sie sich an und verwenden Sie Windows 10. Bei System Start wird die Befälszeile geöffnet. Geben Sie den Befäl Net Users ein, als nächstes geben wir den Namen des Kontes ein und geben Sie ein neues Passwort ein. Wir sehen, dass der Befäl erfolgreich ausgeführt wurde. Geben Sie Exit ein und melden Sie sich mit dem neuen Passwort beim Konto an. Die Systemdateien kehren automatisch in ihrem ursprünglichen Zustand zurück und Sie müssen sie, wie bei der ersten Methode, nicht zurückändern. Wenn Sie Zugriff auf einen Benutzer mit Administrator-Rechten haben, können Sie die Kennwörter für alle anderen Benutzer unter Windows 10 zurücksetzen. Melden Sie sich dazu bei dem Administrator-Konto an, gehen Sie zur Systemsteuerung, Benutzerkonten, anderes Konten verwalten. Geben Sie den Eintrag an, dessen Passwort Sie ändern möchten. Wählen Sie die Funktion Passwort ändern, geben Sie das gewünschte Passwort ein. Bestätigen Sie dieses Passwort, geben Sie einen Hinweis ein und klicken Sie auf Passwort ändern. Danach können Sie sich mit einem neuen Passwort in das Konto einloggen, das Sie bereits benötigen sehen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und Daumen hoch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, viel Glück und tschüss.